Das ist eine lange Story. Ich versuche es so kurz wie möglich zu fassen. Früher war ich Ingenieur. In meinem ersten Leben, wie ich Ihnen so gerne sage, war ich Ingenieur in der Automobilindustrie. Und ich war da selbst gefangen in diesem Hamsterrad der Geschäftigkeit. Ich wollte mich damals beweisen, wollte irgendwas sein, irgendwas darstellen. Dann war ich noch in einem ganz kompetitiven, also in einem ganz anspruchsvollen Bereich der Automobilindustrie. Und wo auch große Anforderungen waren und hohe Belastungen. Damals in der ersten Abteilung, wo ich war, hatten von zwölf Leuten, vier in einem Burnout. Und ich war damals dann auch jung und wollte mich da beweisen, wollte zeigen, was ich so kann. Und das habe ich dann auch versucht eine Zeit lang. Und das ging tatsächlich nicht so gut. Es ging dann tatsächlich ungefähr vier Jahre lang, bis bei mir dann genau das begann, was ich bei den Kollegen so über die Jahre immer miterleben durfte. Magenschmerzen bekommen, Kopfschmerzen, ständig diese innere Unruhe, diese Getriebenheit. Ich habe ganz starke Ängste entwickelt. Und das hat sich dann immer weiter zugespitzt. Und ich war dann auch noch, das musst du verstehen, Paul, so ein Sturkopf. Ich war so ein Sturkopf, der sich nicht eingestanden hat, zu sagen, das ist es nicht. Der sich nicht eingestanden hat, mal eine Pause zu machen. Der sich nicht eingestanden hat, zu sagen, okay, das ist vielleicht die falsche Richtung, in die ich gerade gehe. Und dann habe ich weitergemacht, bis es einfach nicht mehr ging. Und das war dann so ein Punkt, den weiß ich tatsächlich noch, wie wenn es wirklich gestern gewesen wäre. Das war nach einer zwei-wöchigen Dienstreise, wo ich dann nach Hause gekommen bin, völlig fertig. Also wirklich völlig fertig, nicht nur so ein bisschen erschöpft, sondern völlig fertig. Und am nächsten Tag, das war am Sonntag, bin ich nach Hause gekommen und am Montag, sollte ich wieder in die Arbeit. Und an der Früh stand ich vor dem Spiegel und habe solche Ängste gehabt, ich konnte nicht mehr in die Arbeit gehen. Es ging einfach nicht mehr. Und das Spannende an diesem Moment war für mich, so auf einer Seite waren die ganzen Ängste, diese Erschöpfung, dieser Leid, diesen Druck, den ich mir selbst und natürlich auch das Unternehmen machte. Und auf der anderen Seite war so eine Frage, die sich in meinem Kopf so, irgendwie kann doch das nicht sein. So, wir leben in einer Gesellschaft, wo man vermeintlich alles hat. Und trotzdem geht es mir und auch vielen anderen so beschissen. Und ich wollte herausfinden, was wir brauchen. Also, was brauchen wir normale Menschen sozusagen, um erfüllt und glücklich zu leben? Und dann habe ich tatsächlich Psychologie begonnen zu studieren. Habe dann während des Psychologiestudiums, habe dann schon angefangen zu meditieren, bin dann schon mit diesen Lehren in Berührung gekommen. Habe dann damals noch ganz viel zur Resilienz auch geforscht. Also, diese menschliche Widerstandskraft. Und da habe ich immer gemerkt, da fehlt noch irgendwie eine Komponente, da fehlt die Basis ab, fehlt das Bewusstsein dafür. Das Bewusstsein, das Gespür für uns selbst, weil die traurige Wahrheit ist die, Paul. Die meisten von uns sind ungefähr hier abgeschnitten. Wir haben den Intellekt auf den Potest gehoben. Der weiß alles nach diesen ganzen Müssen und diesen Vorstellungen, die wir im Kopf haben, handeln wir jeden Tag, aber wir fühlen uns nicht mehr. Und da bin ich tatsächlich dann zu Buddhismus gekommen. Ich bin mittlerweile auch Buddhist, wobei ich Zen-Buddhist bin. Und die Zen-Leute, ich spreche jetzt einmal frei für alle, sind losgelöst von jeglichen Glauben, sondern die haben sich einfach der Erfahrung verschrieben, der Meditation verschrieben, dieser inneren Reise, diese gelebte buddhistische Psychologie. Und die hat mich völlig fasziniert. Und da habe ich gemerkt, Achtsamkeit ist die Antwort auf diese ganzen Fragen. Nicht nur, schafft nicht nur die Basis, sondern schafft die Antworten. Und da bin ich dann über viel Praxis, Monate, also ich habe Retreats gemacht, wo ich monatelang 12, 13, 14 Stunden am Tag meditiert habe, um in diese Selbsterfahrung zu kommen. Und aus diesen Komponenten heraus, aus dem Psychologiestudium, aus der buddhistischen Psychologie, aus der eigenen Erfahrung, mittlerweile Erfahrung von ein paar tausend Klienten, darf ich jetzt das tun, was ich tue. Genau, es hat auch diesen Umweg über die Leistungs- und Konsumgesellschaft gemacht und über eigenes Leid, wo ich gemerkt habe, so geht es nicht mehr. Das ist die kurze Geschichte.